Heute in diesem Video... Welche Farbe hat dein Herz? Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also online tage ich mal wieder und zwar mit der Frage, welche Farbe hat dein Herz? So, also fangen wir mal an, oder? Bist du ein Realist, Lebenskünstler, Träumer, Kämpfer, Beschützer, unschuldsam, unschuldslamm, äh, Vernunftsmensch, Weitraufgänger, keine Ahnung, ähm, boah, mehrere Sachen eigentlich. Hm, na gut, ich mach mal keine Ahnung. Gehst du optimistisch und frohen Mutes durchs Leben? Geht so. Das Leben ist? Äh. Ja, aber was er was draus macht. Wie trifft du normalerweise deine Scheidungen? Hm. Mal so, mal so. Setz du dich schon mal für andere ein, die so irgendeinen Grund selbst nicht können? Ähm. Hm. Puh. Ab und zu. Welche der folgenden Tugenden, weiß ich schon wieder, ist deinem Meinung nach am wittesten im Umgang mit deinem Ende. Also, ich denke auch mehr Sachen, aber Respekt hätte ich gesagt. Wir stehen zum Älterwerden. Mhm. Mhm. Ja, aber ich habe ein Problem. Wenn du dir das mal in den Kopf gesetzt hast, dann. Mhm. Ja, so. Mhm. Äh, ja. Ähm. Geht. Zum Ergebnis. Gucken wir mal, was wir haben. Welche Farbe mein Herz hat. Grün. Hä. Ah ja. Mhm. Das ist wirklich so. Das hier, warte. Das hier. Das habe ich schon oft gehört. So. Also. Hehehe. Aha. Das ist, das. Ja, ohne Scheiß. Das Ding, was hier steht, das ist einfach, das ist einfach wahr. Ganz ehrlich. Gut, mein Herz ist grün. Ja. Okay. Gut. Ähm. Ja. Danke fürs Zuckung. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.